in diesem video werde ich bisschen über weihnachten erzählen let's go hallo und herzlich willkommen bei firma qrs so gehen sachen ich heiße akinasen altintas und heute ist das thema gleich bisschen thema weihnachten oder wieder unterhaltung also hier und keine thema wei kleine thema weihnachten also deswegen und ihr habt mir gesagt stopp ich wünsche euch alles mal frohes weihnachten ja frohes weihnachten wünsche ich euch und so und ich hoffe ihr kriegt die geschenke die die geschenke die gewünscht habt so freunde weihnachten ist was cooles ne auf jeden fall so weihnachten kann jeder feiern der christ ist und so aber wieso also ja wieso muslim keiner hat mal die kann ich rein essen dürfen ich darf keine weil ich muss man bin ich feier mal am ramadan aber ich kriege trotzdem geschenk so freunde wie ich versprochen habe gibt es wieder schulunterhaltung also ich lerne andere schüler also lehrer älteren schüler selber alli let's go und falls immer kanal nicht abonniert dann würde ich empfehlen den kanal zu abonnieren alli let's go jetzt guten morgen tier herr an das ja da Danke, Warname, Warname. So. So, 7. Januar 2019, ja, in der 7a bei mir, und ihr Sohn, hat, ja, keine Ahnung, ne, ihr Sohn, hat schon wieder schlechte Noten, gestern, oder Freitag, wüsste sich, na, ich bin schon wieder hier, ne. So. Herr Banane, ich will nicht noch mal streiten, ja, wie letztens, wie 10. Ich will nicht noch mal streiten, ne. Ihr Frauen kommt da rein. So. Kein Stress, ja. So gut, so gut. Das will ich hoffen. So gut, so gut, nevermind, ne, ne. So gut, ne, ne, ne. Aber, ne, ne, ne. Aber, ne, ne. 4 Minus und Englisch 5 Plus S. Mir tut das auf jeden Fall leid. Das muss jetzt sein. Wie bitte? Deutsch Sex, he? Diese Perl. Was sind jetzt bitte diese Perl? Was für Perl im Jahr? Was schmeißt du jetzt? Bleiben Sie sofort! Er hat auch eine Baustelle mitgeholfen, hat er 1 Plus verdient, er wird bestimmt in seinem Berufsspital oder in Zukunft halt eben eine Baustelle sein. Was? Baustelle? Was? Ich meine Bauarbeiter, wenn ihr so schlau seid. Mein Eis, den trinke ich mal. Freude, heute ist der kurze Video, aber im nächsten Video nehme ich länger auf. Also, ich würde sagen Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.